Ich möchte mich auf mein Gedächtnis verlassen. Gingium hilft mir dabei. Es wird in meinem Kopf gefühlt wie der Frühling. Mein Gehirn wird besser durchblutet, mit Sauerstoff versorgt und mein Gedächtnis leistungsfähiger. So kann ich die Zeit mit anderen genießen. Gingium macht mein Leben wieder bunt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.